Hallo Freunde, ich hatte hier schon mal gestern einen Test aufgebaut und da sind wir jetzt am Kiegen. Und zwar holen wir uns ja hier die, wie hast du es gleich noch, die Turbo-Fuel nach oben. Und das setzen wir jetzt noch weiter um. Und dann gucken wir noch, wie wir das mit den Hyper-Tubes machen. Weil die wollen wir ja auch noch hier oben hinsetzen. Das einzige, was man hier halt wirklich gucken muss, ist, wie wir die hier oben lang führen. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal das Rohr weitermachen. Weil das wird schon anstrengend genug. Oh. Oh. Können wir hier gleich noch die Pumpen setzen. Und nochmal anmalen. Damit wir die... den Stoff oben haben. So. Oh. Oh, oh. Aber eigentlich hält sich das ja echt gut in Grenzen hier. So... Müssen wir das nur noch einmal mit den Hyper Tubes gucken, wie wir die am besten... Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, würde es gut sein, wenn wir die nach hier vorne führen. Und hier dann lang und hier hoch schießen und hier lang. Wir hier... Hier dann anfangen werden darüber zu bauen. So... Wir müssen 23... Pumpen bauen... Äh, nicht Pumpen, sondern Kraftwerke bauen. So, und dann holen wir uns nochmal eben eine Pumpen. So... 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 Hier kommt auch nix an. Hey. Okay, das funktioniert. Okay. Das war's für heute. 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 Okay, die lassen wir. Das war's für heute. Okay, und hier kommt auch was an. Ja, okay, top. Und hier, ja. Okay. 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 So. 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5. Aber das Teil will ich eigentlich hier drinnen behalten. Sooo, richtig drinnen. Gott. So. 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 Okay. 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 Ups. 1,3,4,1,3,4. 1,3,4. 1,3,4. 1,3,4. 1,3,4. 1,3,4. 2,3,4. 1,3,4. 1,3,5,4,5,5,3,3,4,7,4,0. 1,3,5,4,5,5,0. 1,4,4,6,0. 1,4,5,0. 2,4,0. 2,4,0. 1,4,1,0. Okay. Was ist denn der Stromanschluss? Hier. Okay. Aber hier ist jetzt nicht die Sicherung durchgebrannt, ne? Äh, nö. Okay. So. Moin! Na? What gate? So, wie groß ist denn die Kacke? Fünf Felder. Drei meine ich. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Just go ahead. So. Okay. Okay. Das sind drei. Dann könnten wir noch nach hinten. Eins, zwei, drei. Ja. Könnte hier vorne die Linie langlaufen. So. 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 Eins, zwei, drei, vier. So. 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. 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 Ich brauchte, oh Gott, eröffne ich. Musik. So, jetzt kann ich nochmal rechnen. Also ich habe 172 Treibstoff durch 7,5. Das verbrauchen die, also brauche ich 23 Stück. Ich habe jetzt hier 11 in der Reihe. Und das gleiche wird dann auch noch mit der anderen Reihe gebaut. Musik. Musik. Und dann kommt hier ans Ende Nummer 23 hin. Musik. Okay, das ist auch auf Kante gesetzt. Musik. Und das hier wird das Ende sein. Musik. Musik. So 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. 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 wir immer bis zum Mittelfosten. Das war auf jeden Fall Bescheid. Okay, das hat nicht geklappt. So und dann würde ich nämlich hier Wieso ist denn das jetzt schräg? Und so dann bauen. Ja moin. Oh Gott, sorry. Ich war mit meinem Rohr beschäftigt. Tut mir leid. Da habe ich keine Aufmerksamkeit für den Chat, ne? So. Moin Korbi. Kraftzahl 13 Gigawatt Blitzdonner. Guten Tag. Hallo Zuschauer und Sammelstück. Guten Tag. Hallo und willkommen im Stream. Mit Steuerung kannst du fixieren, dass das eine Linie ist. Ja, das hatte ich gerade versucht. Aber wenn du mal guckst. Hier habe ich Pech gehabt. Der will das nicht fixieren. Deswegen muss man das hier per Augenmaß machen. Weil ich denke mal, dass ich einfach zu hoch dafür bin. Und hoi, Manni. Ich schaffe das heute nicht mit das zu zocken. Das ist schlecht. Und ja, das buggt anscheinend noch mit den Hilflinien. Ja, zwischendurch funktioniert das aber richtig gut. Zum Beispiel die ganzen Fabriken hier habe ich mit Hilfslinien gebaut. Und ja, und da muss es dann buggen, ne? Aber so können wir das hier nicht anders. Ach, die. Okay. Power ist auf der Rückseite. Das passt auch sehr gut. Weil ich das hier als Trägerplattform nutzen wollte. Das, das ist super. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich glaube, ich brauche erstmal die Plattform hier fertig. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, oh verdammt, ich habe vergessen die Blurbs bei mir in den Soundpool zu packen. Moment. Sorry, sorry, sorry. Give me a moment, Peanut. Ach so, das ist schade, Mani aber dann wieder ein anderes Mal. Heute Rüssel Peeling. Oh Gott, vor allem Rüssel Peeling. I have arrived. So, Moin Peanut. Na klar muss auch immer sein, oh mein Gott. Auf was für einen Trip seid ihr denn? Wir sehen und hören den Kopf. I have arrived. So. Oder kann ich das neue Redeem? Habt ihr das mit I have arrived gehört? Ja, ne? Egal. Super. Okay, top. Äh, das von Peanut hatte ich nämlich nicht gehört. Mani, behold. Der Geysir. Er ist auch schon fast angeschlossen. Es fehlt nicht mehr viel. Also, da ist er angeschlossen. Okay. So. Okay. So. Ach. Okay. Okay. Eh. Neues hat sich das Freischalten gestern doch gelohnt. Äh, joa. Der ist jetzt direkt zum Deko-Objekt degradiert worden, der Geysir. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So So, das ist aber nicht gerade zu den Trägern Doch, es ist einigermaßen gerade zu den Trägern Man könnte natürlich jetzt auch Das hätte ich vielleicht auch vorher machen können No So 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 zum glück ist das nur einmalig da die drüben sich eigentlich an die dann orientieren müssten und hier funktioniert das jetzt auch mit der steuerung heißt wenn ich strg drücke dann snappt er auch ja So, mit Rechtsklick auf die Farbe kannst du die Standard aus und musst nicht immer nachfärben. Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Danke für den Tipp. Du glaubst gar nicht, wie viel Arbeit du uns vor ein paar Tagen damit hättest sparen können. Also ich muss ja jetzt förmlich sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir fucking viele Rohre verlegt haben. Und das mit dem Rechtsklick nicht wussten. Mega. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass man nie nochmal irgendwie schreibt. Und in der Hoffnung, dass ich ihr das zeigen kann. Die wird ausrasten. Oder die hat es schon gerade gesehen und liegt jetzt verzweifelt in der Ecke und ist am weinen. Das könnte auch so sein. Warte, ich guck mal eben auf die Karte. Kann man doch irgendwo sehen, wie viele Rohrelemente. Wir haben 23... 23 Kilometer Rohre schon verlegt. Und das meiste davon ist eingefärbt. Ja, Autsch trifft es ganz gut. Ja, Autsch trifft es ganz gut. Wenn du Betonplatten baust und dabei steuern gehst, dockst du an Weltraster. Das kenne ich schon. Genau, das war das erste, was wir hier eigentlich gemacht haben und das wir entschieden haben, dass wir immer am Weltraster bauen, damit wir halt überall immer denselben Anschluss haben. Falls wir irgendwas anderes bauen würden oder irgendwo randocken wollen. Das war das erste Mal. Das war das erste Mal. Okay. Das war's. 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 war's. das 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 war's. Und fix. Das war's. 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 hat hat. Das war's. 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 Jetzt. Das war's. 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 Hier oben. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Okay, wir machen. Das war's. 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 So. Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 verteilt. Das war's. das war's. Das war's. Das war's. So. Das war's. Das war's. Okay. 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 So. Okay. 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 Das war's. Das war's. Okay. kommt das. Wir haben. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 nicht viel. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Okay. 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 So. Okay. 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 das war's. Das war's. Okay. 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 Nice. Okay. 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 Allgemein. Okay. 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 Okay.